das aktuelle wetter in kurzform heute am sonntag den 7 april 2024 es ist 9 uhr und 22 minuten wir haben im moment 23 grad keinen wind und soweit ich sehen kann auch kaum eine wolke am himmel ja sehr schöne hohe wellen heute morgen die meisten wassersportler die sind jetzt hier in auf der anderen seite vom leuchtturm sozusagen die meisten ein paar sind auch hier links ja zu den gezeiten 7 uhr und 13 war niedrig wasser 13 uhr 21 ist hochwasser und um 19 uhr 27 wieder niedrig wasser sonnenaufgang war um 7 uhr und 45 minuten um 20 uhr 22 sonnenuntergang tiefstwerte heute nacht um die 18 grad höchstwerte 26 erwartet ja 26 bis 28 das ist die situation gerade eben hier am strand von maspalomas hier am steg das ausführliche wetter das könnt ihr gleich anschließend sehen mit ein paar infos dabei bezüglich auch dass das wasser hier über den ufer getreten ist und über die büschung kam könnt ihr alles dann später sehen so und der gruß heute der morgendliche gruß beim wetter in kurzform der geht an unserem blinden passagier an den schiedel der hat sich ein bisschen was angebrochen und ich wünsche ihnen auf dieser an dieser stelle gute besserung ja dass er auch bald wieder unterwegs sein kann so alles weitere im wetter danach